Und da sind wir wieder in Raider Z Hallihopp, 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 Hallihopp Wir müssen den Staat schon zerstören Tja, Sealed Lightning Stone Und jetzt Kick Und super Angriff Und Kick Blöde Steinstatuen Lasst mich doch in Ruhe Hallihopp 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 Gablosch Du kannst mir einfach gar nichts Stirb Und zwar so Und da bin ich Level up und kann einen neuen Skill lernen Welchen Ah, jetzt könnten wir jeden verstärken Ich verstärke erstmal das hier Jetzt haben wir 2, 3, 4, 5 und 6 Sobald ich 10 hier investiert habe, kann ich hier weitere Attacken machen Ein sehr schönes System, wie ich finde Huch Ja, that's how we roll Activate the second magic furnace Ah, okay, hier sind jetzt auch eine Menge Deutsch unterwegs Freut mich Hey du Hey du Weißt du, dass ich dich auch so besiegen kann? Ich muss ihn auch so besiegen 5 Und 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 jetzt Hast du verloren Feuer Geh 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 und lass mich allein Und Stirb Du kleines Shit Du Request material Ein Sealed Lightstone Wurde Ja Ein Ein Heitzauber Gibt es nicht Activate the second magic furnace For Net For Nazi Keine Ahnung Was ist denn hier? Ich laufe einfach mal dahin Oh, da ist ein Fragezeichen Da renne ich jetzt mal hin Material 1 Completed Bench of Seal Completed In progress Acquire Blah Oh, okay Hier kann ich auch den Spirit erhalten Jetzt springen wir da erstmal runter Komm schon Renn schneller Oh Gott Ich weiß worauf das hinausläuft Und ich bin bereit So Kleiner Du kannst mir nichts mehr Ich weiß wie du kämpfst Stirb Tja So kann es gehen Wer gegen mich einfach so antritt Der muss eben auch damit rechnen Besiegt zu werden Fecht gehabt würde ich sagen Und jetzt noch schnell zu dem letzten Brunnen rennen Nein, ich greife den jetzt nicht an Dead Space 3 ist finde ich zu harmlos Aha Adi hopp Ah Okay, die Frames sind wieder da Freu Da muss ich auch noch hin Achso, den letzten Furnace Los Hey du Soll ich in dieser Gestalt gegen dich antreten Lieber nicht Lass mich bloß in Ruhe Du Ich habe keine Interesse daran Gegen so einen Gegner nochmal zu kämpfen Denn die sind wirklich sehr gut Okay Okay jump wenn ich hier mal zu haken treffen würde das wäre episch hier channel current location soll ich mal zu channel 3 ich weiß es nicht ich bleibe einfach mal hier auf 1 iron mit mehr rp elementen weniger extrem tolle klamotten und sonst pvp hätte was die ja also an aion gibt es aber ganz schön viele kritikpunkte wie es aussieht iron wird übrigens von meiner seite abgebrochen erstens gab es keinerlei nachfrage und ja von daher wird iron von meiner seite aus nicht mehr produziert wenn ihr iron von jemanden sehen wollt dann müsst ihr woanders suchen view quest details oh 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 und jetzt ich hoffe das ist jetzt kein boss gegner es sah geil aus es sah richtig geil aus jetzt haben wir wenigstens mal das gesehen was wir geschafft haben weil ansonsten noch nie quest und dann kriegt man in questfenster gesagt ja jetzt ist alles wunderbar bla bla und hier sieht man was passiert das spiel wird immer besser hey du ich habe lust jetzt Vielen Dank.